Hallo und herzlich willkommen zu dem After Action Report der heutigen Runde. Genau, vielleicht mal ein kurzes Vorwort, bevor das jetzt hier losgeht, falls einen interessiert. Nur mal so ein paar Zahlen zu dem Szenario. Ich habe jetzt eben mal Statistiken gecheckt von den YouTube-Videos und auch vom Livestream. Es scheint so zu sein, dass gut und gern knapp 20% mehr die Livestreams verfolgen und auch die YouTube-Videos beliebter sind zu diesem Szenario. Also das Scramble for Africa gone wrong scheint tatsächlich sehr, sehr erfolgreich zu sein. Was ich natürlich sehr gerne sehe, was ja so ein bisschen auf meine Idee war. Und dann freut man sich ja schon, wenn das ein bisschen Erfolg hatte. Aber es wird sehr gut angenommen, das ist eigentlich eine schöne Sache. Das ist nicht immer selbstverständlich. Also zum Beispiel damals das Fallout-Szenario, dieser Mod, den es gab. Den hat echt kein Schwein interessiert. Von da ist es wirklich sehr nett, sehr gern gesehen. Wenn ihr natürlich auch nochmal Feedback dazu habt, deswegen an der Stelle, was ihr denkt, was man im Szenario noch ändern kann und so, könnt ihr es immer gerne dazuschreiben, dann machen wir es auch gerne. Ich kann an der Stelle aber schon mal sagen, weil es so beliebt auch ist und mir persönlich auch eine Menge Spaß macht. Und ich glaube, den Spielern, die dabei sind, ebenfalls, dass wir noch eine vierte, fünfte oder sechste Iteration geben werden. Also dieser Mod, der wird uns wahrscheinlich sehr lange jetzt erhalten bleiben, weil er wirklich eine Menge, Menge Spaß macht. Also wir werden das, glaube ich, erst mal auf der Agenda lassen und die historischen Runden und andere Mods erst mal beiseite schieben. Also ein paar Mods für kleine Veränderungen packen wir immer bei, keine Frage. Aber das Szenario halt mit mehreren Fraktionen, mit dem ganzen Kalkül, dem politischen dabei, das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Das, glaube ich, kann man halt intrigieren und sind wir ausgeglichen und neue Szenarien. Da bleiben wir lange bei. So, das gesagt, dann vielleicht noch ein anderes Wort dazu. Ich motiviere immer wieder Leute, wenn sie Videos machen wollen, dass sie es auf jeden Fall dazu machen können, weil hier habe ich auch den Eindruck, je mehr man in die Tiefe geht bei einem Szenario, desto mehr Spaß macht das Ganze. Und das heißt, wenn wir jetzt mal die Statistiken von Lukas haben, mit dem, manchmal macht der Lukas ja auch noch mal ein Video dazu, das hilft zum Beispiel, dass man mehr in die Tiefe gehen kann. Oder die Russen haben jetzt ihren eigenen YouTube-Kanal, wo die halt auch live streamen. Da könnt ihr auch mal reingucken, ist im Discord verlinkt, dass man auch eine andere Perspektive mal bekommt. Vielleicht auch noch mal einen runden Tisch, wo aus jeder Fraktion einer kommt, wo man ein bisschen diskutieren kann. Das ist nur letztens ein bisschen ausgeufert. Das war ein bisschen schade. Also das Ausgufer, die haben sich dann, das Team hat sich nachher beschwert, dass sie die wohl ihren naivsten Spieler geschickt haben. Aber ich weiß auch nicht, warum sie das dann machen, wenn wir es so sehen. Aber auf jeden Fall, dass wir solche Formate auch noch mal einführen, Talkshow-mäßig. Vielleicht noch mal einen Reporter dabei packen irgendwann, wenn es das irgendwie hergibt, eine neutrale Person, die gleich hin und her hüpfen kann und als Reporter da eine Zeitung dazu schreibt. Ich glaube, der Ortizil hat auch letztes Mal in irgendeiner Runde, ich glaube, der Ortizil war das, einen Zeitungsbericht geschrieben zu irgendeiner Aktion. Also was ich sagen will damit ist, ich glaube, also wenn die Leute Lust haben, entweder Zuschauer oder andere Mitspieler, oder wie auch immer, irgendwelche Formate dazu zu machen, könnt ihr das auch gerne anbieten und dazuschreiben. Ist alles gerne gesehen. Auch Zuschauer-Videos könnt ihr gerne machen, wenn ihr um den wollt. Und dann eben, also wie die Zuschauer das eben sehen, muss halt nur aufpassen, wenn man das alles macht, diese Formate, dass natürlich nicht so gemacht wird, dass andere daraus, dass solche Sachen verraten werden. Da muss man immer sehr vorsichtig sein. Ich habe jetzt eben schon einen aus dem Russen-Stream gehabt, einen Zuschauer, der eine Sache geschrieben hatte, bei uns im Stream, bei mir. Ja, das war schon ein bisschen an der Grenze, hatte ich einen Eindruck. Da muss man natürlich extrem aufpassen. Also da kann ich nicht jedes Format zulassen. Aber was ich sagen will ist, je mehr wir darüber aufbauen können, desto interessanter können wir das Szenario machen. Das müssen nicht nur meine Videos sagen. Ich will da kein Monopol drauf haben. Also jeder kann da gerne was machen, wenn er da Ideen hat. So, sonst, die nächste Geschichte hier. Der Spieltag heute haben wir beendet im April 39. Und ich habe jetzt einfach mal das hier gefiltert. Und die LON sind jetzt ganz vorneweg bei der Industrie. Die haben auch eine super starke Luftwaffe, kein anderer 320. Also sprich, sehr deutliche Bände, was wir letztens ja gesagt haben. Ist ja eindeutig, glaube ich. Und dann kommt eben Italien zwar da hinten dran. Aber dann kommt die Sowjetunion. Also ihr müsst ja gucken, die BN, Italien da oben. Und Japan hier unten. Wir sind ja nicht annähernd so starke D-Fraktion. Haben wir Krieg gegen die. Wir haben den Krieg jetzt gemacht. Dann kommen wir gleich darauf zu sprechen. Eine Sache, die jetzt interessant ist, ist, dass die Colonial Powers, die haben jetzt Portugal bekommen. Und zwar ist heute Mexiko gefallen an die Workers of the World. Und dann habe ich vorgeschlagen, den ganzen Spielern, dass wir hingehen, weil die Colonial Powers, die waren halt nicht mehr so stark. Die haben ja dauernd immer wieder Truppen bei allen Kriegen verloren. Und dann haben sie den Grinder gehabt. Und Portugal hat eben Mexiko verloren, können auch nichts mehr machen. Und ich habe jetzt vorgeschlagen, dass wir in Mexiko, dass wir in Portugal irgendeine Lösung können, irgendwas machen. Und dann hat halt der Engländer vorgeschlagen, dass sie jetzt die Colonial Powers aufnehmen. Und dann haben wir im Team darüber halt abgestimmt. Also mit dem Team, also über alle die Mitspieler. Und sehr schön war, dass sie sich dafür entschieden haben. Also kein einziger war dagegen gewesen. Und das ist natürlich eine schöne Sache, dass sie sich selbstverständlich in der Multiplayer-Runde. Das heißt, wir haben jetzt hier eine neue Fraktion gebildet. Also das ist neu. Also Portugal ist jetzt dabei. Das ist jetzt eine Fraktion, die im Grunde genommen kampfstark wieder ist. Das heißt also, die Spieler, die da drin sind, die sind jetzt fähig. Also erstmal haben sie wieder alle Perspektive, was für den Spielspaß mehr bedeutet. Das war mir besonders wichtig. Und dann bringen sie nochmal ein neues Gleichgewicht da rein. Damit das jetzt nicht zu OP geht, haben wir jetzt gesagt, der Portugiese darf jetzt ein Jahr lang in keinem Krieg teilnehmen. Und der ist erstmal Puppet, was sie erstmal loswerden müssen, diesen Puppet-Status. Aber sie haben zumindest jetzt eine Perspektive und gehen jetzt natürlich noch mit mehr Spielspaß motivierter ran. Also ich glaube, man muss, also wie gesagt, wenn die anderen sich gegen ausgesprochen hätten, hätten wir nichts machen können. Aber in dem Falle tut es ja die Balancing nicht umwerfen, weil es dann auch so viele Fraktionen und alles offen ist. Und von da war das, glaube ich, eine schöne Entscheidung von allen Spielern, dass sie das zugelassen haben. Und das führt natürlich dann zu viel, viel Freude für alles. Eine neue Konstellation, frischer Wind und eben die Spieler sind jetzt, glaube ich, auch motivierter dabei. Also ich weiß nicht, ob die demotiviert vorher waren. Aber wenn man halt keine Perspektive mehr zum Siegen sieht, nur noch verteidigen kann, dann macht es halt weniger Spaß, als wenn man noch viele Wege offen hat. Und da sehr, sehr schön, dass die Gruppe sich dafür entschieden hat. Ich glaube, wir haben diesmal wieder eine sehr gute Gaming-Gruppe auch, muss man echt mal so sagen. Es gab doch nur eine kleine Aktion von einem, der sich über Flugzeuge aufgeregt hat. Das kann man sich ja anders formulieren. Aber da war einfach nur die Information ein bisschen hochgeschwemmt. In Summe ist das, glaube ich, eine sehr gute Gruppe, die wir diesmal haben. Im Sinne halt von Spielbarkeit. So, jetzt geht es los. Was heute passiert? Ja, wir haben ja gesagt, dass wir über Deutschland angreifen wollen. Und wir hatten da jetzt mehrere Optionen gehabt. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben uns dafür entschieden, also wir wollten ja Deutschland oder die USA angreifen. Und wir haben jetzt gesagt, dass wir die USA erst angreifen. Dann sind wir hier unten mit zehn Divisionen gelandet an den Küsten. Und danach Deutschland angreifen, in der Hoffnung, dass, wenn wir da halt angreifen, erfolgreich sogar gelandet teilweise, ich glaube, vier Divisionen sind erfolgreich gelandet. Also, das haben wir natürlich dann zu spät gesehen quasi. Wir haben ja gesagt, wir greifen dann nach Deutschland an. Aber wir sind auf jeden Fall gelandet und wollten das Nutzablenkung haben, damit eben Verstärkungen nicht von Amerika nach Deutschland fließen, sondern von Deutschland nach Amerika fließen. Und dann einen Monat später wollte man dann eben Deutschland angreifen, was wir dann auch gemacht haben. Einfach, damit die eben den Angriff der falschen Seite erwarten, dass sie mit Land Lease die Flugzeuge in die falsche Richtung geschickt haben und so ein Zeugs. Das wäre die Idee dahinter gewesen. Wir haben ja diese Regel, dass sie die Flugzeuge nicht teleportieren dürfen und die Flugzeuge, die sie gebaut haben, hätten sie dahin geschickt natürlich mit Land Lease, wo der Kampf stattgefunden hätte. Und wir haben ja mal gehofft, dass sie dann im Atlantik sind und dass wir die sogar im Atlantik versenken können. Das waren die ganzen Ideen dahinter, deswegen Amerika erst anzugreifen als Ablenkungsmanöver mit zehn Divisionen, die wir eingeplant haben, dass sie auch sterben. Und wir haben ja dann gemerkt, dass wir tatsächlich erfolgreich gelandet sind und hätten wir dann wirklich echte Divisionen geschickt und eben auch mit Italien angegriffen, der die Hauptkampfkraft trägt bei uns, dann hätten wir tatsächlich Amerika sogar erobert. Aber nachher ist man immer schlauer, es hätte auch genauso gut enden können, dass ihr an der Küste abgeschlagen werdet, dass ihr halt in vier, fünf Sektoren gleichzeitig erfolgreich landet. Und gerade hier oben hatten wir halt sogar einen Cut-off gehabt, die drei Sektoren hatte ich hier gehabt. Da hätte man die Toten einfach rausgeschlagen, ohne Probleme. Aber wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer. So, naja, auf jeden Fall war das die Aktion und danach sind wir da hingegangen und haben eben Deutschland angegriffen. Und jetzt gucke ich mal gerade, ob ich meinen Malstift auspacken kann. Sekunde, den Epic Pen. Da muss ich aber, glaube ich, das Video umschalten auf Bildschirmaufnahme. Genau, jetzt müsste das gehen, ne? Ja, genau. Und zwar der Major Meine Wenigkeit haben dann, also die Iran-Kriege haben wir vorbeendet, ne? Das ist aber jetzt, glaube ich, nicht spektakulär. Iran haben wir erobert da hinten. So, und dann die Nicht-Angriffspakte haben wir ja schon ausgehandelt gehabt. Heißt also, der Russe hat schon gesagt, der ignoriert das, der wird das machen. Und genauso der Franzose und der Portugiese. Und dann sind wir hier vorne vorgerückt und jetzt muss ich gucken, an welcher Stelle das genau war. Da oben, hier hat das nämlich angefangen. Gucken, ob ich das einmalen kann. Das war nämlich ein ganz hübscher Feldzug mit dem Major zusammen. Und zwar bin ich hier vorne vorgestoßen und der Major ist, glaube ich, hier unten durchgestoßen. Und dann war, glaube ich, also ich hoffe, dass ich das richtig einzeichne. Und das hier war dann eine Pocket. Und dann haben wir ja ungefähr 20, 22 Divisionen der Deutschen vernichtet. Und da waren alle schweren Panzer der Deutschen drin gewesen, ja? So ungefähr hat das ausgesehen, ganz grob geschrieben. Ich weiß nicht, ob die Zahlen jetzt noch da drauf sind. Ein paar sind auch beim Major drin. Ich habe die auch schon wieder ein bisschen umgebaut. Genau, also das ist jetzt nur deutsche Verluste fast ausschließlich hier vorne. Genau, 200 Panzer. Der Major hat auch nochmal 200, also ich weiß nicht, was der gemacht hat. Also ich glaube, der hat, glaube ich, 100 Heavys vernichtet. Aber Heavys halt. Die haben nochmal 808 vernichtet, ne? Das sind halt deutsche Verluste, die ihr hier vorne seht. Das sind unsere Verluste mit dem Feldzug. Ein Großteil war von der Pocket gewesen. Und der Italiener hat halt dem auch noch Verluste in dieser Form zugefügt. Und danach hatten sie halt nur noch Infanteristen, die jetzt hier überall stehen. Auch teilweise mit Adel drin jetzt später. Aber die haben sich von Anfang an auf Verteidigung eingesetzt. Und die einzige Gegenoffensiven, die sie hätten führen können, wären halt diesen schweren Panzern gewesen. Wir haben halt, glaube ich, 300 von denen eingesackt. Drei dieser Großtraktoren übrigens erobert. Und, genau. Ja, und auf jeden Fall war da die Angriffsarmee dann futsch. Die waren halt alle an der Front, die haben wir dann zerlegt. Aber die hatten trotzdem so viele Infanteristen wie eine russische Armee, dass wir noch nicht weiterkommen. Genau, und dann mussten wir jetzt mal die Luftüberlegenheit haben. Naja, war es halt vorbei dann. Wir kamen halt irgendwann nicht weiter. Das ist einfach Luftüberlegenheit. Die sind halt eingegraben wie dumm und haben halt überall jetzt auch mehr Gerät. Also der Deutsche, um nochmal eine Zahl zu geben. Der hat jetzt ungefähr ein bisschen mehr als 100 Fabriken einen Panzer missiert er jetzt. Wir haben jetzt noch keinen der neuen Medium-Panzer gesehen. Also das ist ein Medium-Panzer, das wissen wir ja sehr eindeutig. Wir haben jetzt noch keinen von den Dingern gesehen. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin auch nicht sicher, ob die Zahlen da stimmen, weil die meisten tungsten Ressourcen kommen ja aus Amerika. Und ich sollte sagen, dass wir 52 Konvois aktuell versenkt haben. Sie war ja darauf verstanden. Sehr gute Aktion auf jeden Fall. Aber das nochmal gesagt, also unsere Flotten, die italienischen, japanischen, sind im Atlantik mit Riesenerfolgen unterwegs. Sowohl bei Konvois versenken, bei Truppentransporter versenken, als auch bei Schiffen versenken. Dafür haben wir jetzt einen Flugzeugträger eingebüßt, aber einen ganz alten. Und dafür aber jede Menge andere Schiffe versenkt. Und das Tunksten, was jetzt hier steht, was sie brauchen, um diese Panzer herzustellen, ich könnte mir vorstellen, dass das halt nie in ausreichender Menge ankommt, die deswegen massive Debuffs auf die Panzerproduktion haben. Also wir haben noch keinen einzigen Panzer an der Front gesehen. Die Flugzeuge allerdings haben sie in der Luftüberlegenheit. Und das läuft noch nicht. Also ich glaube, der Major, der macht da die Luftwaffe. Wir schicken ihm halt alle. Wir haben jetzt die Zero hergestellt mit Verbesserungen und allem dran und schicken das dem Italiener. Und er setzt die hier auch ein. Und er meinte halt, dass ein 1-2-Verhältnis ein Gegner abknallt in der Luft. Also es scheint noch zu klappen. Aber das sind halt Kräfteverhältnisse. Also so viel wie der Flugzeug investiert, dass die gesamte Industrie in Italien hat. Fieberdaumen. Also das halten wir nicht mehr lange aus. So, ansonsten haben wir vorne gesagt, der Major macht da unten, wo ist er jetzt gerade? Der macht hier hinten, macht er jetzt Angriffe, weil er meint, dass er sie effizient runtergrindet. Jetzt hat er hier Luftüberlegenheit. Und zwar machen wir das in Kombination gerade. Der Major kämpft halt da unten. Ich hoffe, ob ich das ein bisschen machen kann. Also der kämpft da unten. Und ich kämpfe hier oben. Und die können die Flugzeuge nur jede Woche umstellen. Und die haben die normalerweise bei mir, die Flugzeuge. Und das ist kein Major, weil die haben die verbesserten Klos Ersterport in Italien gemacht. Also 200 ist halt, das ist eine Hausnummer, die seht ihr ja niemals normal in der Schlacht. Mit den Flugzeugen massacert ja die deutsche Armee da im Gebirge. Und wenn die gleich wieder die Luftwaffe hier rüber bringen, dann greife ich hier rechts an. Und dann habe ich halt hier vorne keine gegnerische Luft ab. Obwohl die mehr Flugzeuge haben, setzen die halt ineffizienter ein. Weil die warten an unsere Angriffe. Und wir greifen immer so an, dass die Flugzeuge nicht eingesetzt werden können von denen effizient. Das läuft im Moment sehr hervorragend. Das heißt, wir grinden die ein bisschen. Jetzt muss man dazu sagen, das ist kein epischer Grind. Es ist nicht so, dass wir damit Diameter legen. Aber so, dass der Gegner regelmäßig Manpower, Gerät und Erfahrung verliert und wir aufleveln. Aber wir können halt nicht mehr vorrücken. Der hat einfach zu viele Geräte, zu viele Tropen, zu umwegsames Gelände und alles. Wir warten jetzt darauf, dass der Russe den und der Franzose den im Rücken fällt, den Deutschen. Wir haben uns auch schon angekündigt, dass sie das machen wollen. Was auch bitter notwendig ist. Und sonst ist der Amerikaner wahrscheinlich immer noch wie eine eigene Fraktion zu behandeln. Und genau. Aber das ist im Moment, was wir machen. Wir grinden halt, damit wir einfach auch was zu tun haben. Aber es ist natürlich keine spielentscheidende Sache. Ich mache das hier vorne immer in diesem Sektor. Weil hier ist nämlich eine Ebene. Da packt er nur Infanteristen rein. Und ich greife nur mit meinem Panzer von drei bis vier Seiten an. So ich die einfach abschlachte. Also das ist halt, das sind mal so die Schlachten. Da hängt man der Luftüberlegenheit immer ein bisschen ab. Also hier war nicht so gut. Da hängt eine Luftüberlegenheit. Aber hier zum Beispiel habe ich 1.000, die noch man verloren. Da hat er 16.000 verloren. Also das sind jetzt keine epischen Schlachten. Aber wie gesagt, wir leveln halt auf. Er levelt halt runter. Und das ist besser im Moment machen können. Ohne Verluste den Gegner quasi dezimieren. Ja, das ist eigentlich alles, was im Moment hier läuft. Und jetzt wartet man darauf, dass der Russe an dem Krieg teilnimmt. Und der Franzose hat wie gesagt auch. Und dann wird Deutschland von mehreren Seiten genommen. Dann wird das halt hoffentlich in drei Teile geteilt. Und dann ist halt das Wettrennen, wer am meisten davon bekommt. Das Problem ist jetzt, dass der Russe halt mit Brasilien, Südamerika fast erobert hat. Und hat halt jetzt auch Mexiko bekommen. Und ja, hat keinen Kurs darauf. Das ist das Einzige, was uns ein bisschen rettet. Genau. Und danach kann er halt eigentlich Amerika überfahren. Also, wenn jetzt der Krieg gegen Deutschland kommt, müsste der Deutsche eigentlich alle Truppen nach Amerika zurückziehen und hoffen, dass die Amerika halten und dann hier eine Offensive durchführen. Wenn er versucht, das alleine gegen alle gleichzeitig zu halten und wird vernichtet, wird der Amerikaner danach auch vernichtet wahrscheinlich. Und ich hoffe inständig, dass der Deutsche nach Amerika sich zurückzieht und dort eben sich gegen den Russen behauptet. Wenn der Russe jetzt Teile Deutschlands bekommt und dann eben durch Brasilien auch noch Nord- und Südamerika kontrolliert, dann wird es langsam ein bisschen haarig. Also, ich will den Deutschen auf jeden Fall den Bluten sehen, aber ich würde auch ganz gerne, dass er seine Armee bitte zurückfährt. Wenn er die zurückfährt, dann reden wir mit dem und dann lassen wir ihn durch den Atlantik durch. So, hier ist übrigens die Atlantik-Aktion. Also, hier werden amerikanische Truppentransporter versenkt. Überall, schon seit Ewigkeiten. Das Ding bei den Truppentransportern ist, dass die, die bringen die gerade nach Deutschland, ja. Die fahren also nicht von Deutschland zurück, sondern die fahren nach Deutschland. Das ist ja, wenn ich den Krieg meinte. Wir greifen den einen an und der andere Verstärkung schickt. Und jetzt haben sie halt relativ spät die amerikanische Verstärkung nach Deutschland schicken, die jetzt erst, weil die wahrscheinlich, ähm, sind ja gelandet erfolgreich bei Floridan. Obwohl, da haben die noch eine Landung, noch eine Landung wahrscheinlich erwartet, vermutlich. Da haben die deswegen sehr spät losgeschickt. Und, ähm, ja, aber das ist halt nun mal so, dass die halt versenkt werden auf dem Weg nach Deutschland. Was wahrscheinlich aber auch nicht so hilfreich ist, weil, also, wie gesagt, wenn jetzt der Russe und der Franzose kommt, dann macht die Amerikaner eigentlich nichts mehr aus. Ich hätte lieber, dass die Amerikaner in Amerika am Leben bleiben. Aber klar, wenn sie nach Deutschland schickt, dann versenken wir sie halt. Aber ich glaube nicht, dass es für uns das lohnt. Weil alleine besiegen wir nicht. Wenn die anderen beikommen, besiegen wir sie auch ohne, dass sie sterben. Und dann sollten sie aber überleben, damit eben das nicht an Russland fällt in Nordamerika. Das ist zumindest meine Überlegung. Genau, ansonsten gab es hier oben die ganze Zeit Seeschlachten. Also die sind ja hingegangen. Die Amerikaner haben halt hier Stützpunkte gemacht, ne? Flughäfen mit taktischen Bombern. Äh, Radar haben sie, glaube ich, noch keinen. Habe ich zumindest noch nicht gesehen. Und haben ihre Flotten da hingebracht. Und hier haben wir die ganze Zeit Seeschlachten im Sektor. Ähm, so wie ich das im Moment verstehe, stecken wir die Schäden ein. Und der Italiener, der hat ja von allem mehr, der versenkt die Gegner. Ja, das ist, glaube ich, die Reihenfolge. Wenn unsere U-Boote die Convoys versenken. Ähm, also wie gesagt, wir haben bisher einen Träger verloren. Und die Yamato hat extreme Schäden eingesteckt, aber überlebt. Äh, genau. Die aktuellen Ergebnisse sind sehr gut, aber wir hatten halt mal einmal einen Flugzeugträger eingebüßt. Aber das ist das alte Modell, ne? Das war dieser, äh, Converted. Die sind halt auch scheiße, die Dinger. Ähm, das war eine Seeschlacht. Das war auch sehr dumm. Ähm, wir hatten keine Screening-Schiffe mehr vor Ort gehabt, wegen dem die Yamato eben auch Torpedo um Torpedo eingesteckt hat. Aber, ähm, das Problem war gewesen, die italienische Flotte war da gewesen mit den Screening-Schiffen, hat die Schlacht aber nicht gefunden, wo die im selben Sektor war. Das war ein bisschen unglücklich. Ja, und dann wurde der Carrier versenkt. Genau. Das sind also die Verluste, die man hier so grob sieht. Und wie gesagt, die Yamato, die hat halt, äh, richtig eingesteckt. Die wird repariert. Da ist halt alles am Arsch bei dem armen Schiff. Was hat sie denn bisher gemacht? Hat jetzt einen Zerstörer versenkt. Ja. Muss aber dazu sagen, das ist noch eine Yamato in dem Erstmodell. Was wir jetzt im Moment machen ist, weil die Amerikaner schwere Kreuzer massiv bauen, ähm, die Yamato wird jetzt gleich im Hafen, weil die wird jetzt schon repariert im Hafen. Und die Yamato 2, ich weiß nicht, wie wir sie inzwischen nennen, also der Superträger ist die Medicus. Und die Yamato 2, wie es ursprünglich hieß, sollte eigentlich die Musashi heißen. Auf jeden Fall die beiden Super-Schlachtschiffe. Wir werden ihnen jetzt dicke Türme einbauen, die beiden Module hier, die jetzt nicht da drin sind. Einfach, weil der Gegner schwere Kreuzer hat und dann die dicken Schlachtschiff-Türme und die Super-Schlachtschiffe, die Kreuzer einfach, äh, zerfleddern auf hoher See, ja. Ja, so, das heißt also, die Musashi ist bald fertig. Und das wird gerade repariert und dann werden die beide eben mit Türmen bestückt, mit den neuesten. Also das neuesten ist immer das V5, da gibt es keine neue Modelle, aber das sind ja OP-Türme. Und wenn wir dann nochmal die amerikanische Flotte mit ihren schweren Kreuzern gehen, ähm, weil die haben jetzt schwere Kreuzer, die leichten Kreuzer der Italiener gebaut. Also die schweren Kreuzer können wir mit unserem Träger und unseren Super-Schlachtschiffen einfach in Stücke legen, ja. Das werden wir dann auch machen, aber die Reparatur und der Umbau und der Stapellauf der Musashi, das dauert auch noch ein bisschen was, ähm, das wird sicher nochmal sechs Monate dauern, könnte ich mir vorstellen. Also da ist jetzt erstmal nichts groß da zu erwarten. Aber wir machen die Seeschlachten, ne, und wir sammeln auch Erfahrung, also unser Admiral hier, der Zumbai, der macht da einen super, super Job mit dem Italiener zusammen. Ich glaube, der Hagger steuert die italienische Flotte, also sehr, sehr zufriedenstellend. Und, ähm, wie sagt die Amerikaner, die haben sich das ja, haben sie ja vorbereitet, auf diese, was wir da machen, ne, mit diesen Convoy Raiden. Und haben da oben halt einen Flugplatz und da unten einen Flugplatz und wir sehen auch taktische Bomber immer wieder an diesen Seeschlachten. Da jetzt jetzt gerade nicht, da auch nicht. Genau, aber wir haben die schon ein paar Mal gesehen. Das Problem ist nur, dass die zu wenig taktische Bomber haben, wahrscheinlich keine Radaranlage haben und die taktischen Bomber, die sie haben, zu wenig Reichweite haben. Die haben sie wohl nicht früh genug getaggt, ja. Und dann ist das Problem, dass die halt die Converse losschicken, bevor die taktischen Bomber Zeit hatten, unsere U-Boote zu versenken. Und die Eskorten, die sie haben, die Zerstörer, die haben wir in Massen versenkt. Die hatte, glaube ich, 100 Zerstörer, der Amerikaner. Aber die waren natürlich auf U-Boot-Kämpfer eingestellt und die haben wir einfach zerlegt. Also ich glaube, die leicht kreuzetaliener haben, ich kann ja mal nachgucken bei Italien, ich darf hier reingucken. Massen von denen abgeschlachtet. Die haben halt nur Eskorten quasi gehabt und nicht gedacht, wie sie die Hochseeflotte besiegen. Die haben nicht gedacht, dass wir da mit unseren Flugzeugträger und Schlachtschiffen rein donnern und leichten kreuzern. Und da haben wir die sehr eiskalt erwischt. Und die leichten, die Torpedobomber, die haben sich vielleicht gehofft, dass sie mehr Schaden anrichten, aber die ersten sind halt, die taktischen, sehr, sehr schwach. So, die hellenischen Zahlen hier, mal gucken. Da sind eigentlich möglicherweise französische Schiffe bei. Okay, genau, also sechs deutsche Zweier-U-Boote erwischt. Hier Konvois erwischt. Ja, 15 Zweier-Zerstörer waren das hier vorne. Und dann nochmal einen, oh, was ist das denn? Ah, wir haben einen Carrier versenkt, genau. Ich dachte, dass es mehr Schiffe waren. Manchmal glaube ich auch, dass die Zahlen hier nicht stimmen. Ich will mir nicht fast sicher, dass es mehr Schiffe waren. Wir haben einen modernen Carrier versenkt, einen Dreier-Carrier mal versenkt, ja. Also wir haben den Einser verloren, das ist halt wirklich ein Schrottschiff. Und die haben den geilen Dreier-Carrier verloren. Das ist das neueste Schiff, was zum Stapel gelaufen ist. Das ist natürlich hardcore. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das so, dass das ohne Screening-Schiffe langgefahren ist und ist in unsere U-Boote reingefahren oder in die U-Boote der Japaner in dem Falle. Äh, der Italiener. Und die haben das trupediert dann, ne. Da haben die Screening-Schiffe gefehlt. Die waren aus irgendeinem Grund nicht da gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Also, das war mal eine richtig nice Aktion. Also so ein Carrier verlieren, das tut sehr, sehr weh. Die sind extrem teuer. Also ein Dreier-Carrier, das ist hardcore teuer, ne. Muss man echt mal so sagen. Ja, und unsere Flotte ist auf jeden Fall noch hier. Wenn man guckt, 23 leichte Kreuzer, zwei Schlachtschiffe. Die sind super, super einsatzbereit. Also Seeschlacht läuft sehr gut gegen die Jungs. Sehr, sehr gut. Genau, so. Ja, ansonsten, nächste Runde. Achso, hier unten noch, die CLF. Die wollte ich zum vierten Mal aus Australien geworfen. Diesmal im Norden waren wir gelandet, wurden wieder rausgeworfen. Also Australien kriegen sie bei Tunik erobert. Dafür sind sie bei Indien gelandet und zacken das jetzt von mehreren Seiten. Also bald Indien. Da sind allerdings nur Manpower und sonst nix und ein paar Ressourcen. Also das macht jetzt nicht super viel stärker. Manpower war eh kein Problem. Der Russe, der wollte irgendwann mal nach China gehen. Aber der traut sich da wohl noch nicht rein. Die KI-Länder, muss man auch sagen, sind sehr, sehr stark. Das haben wir immer und immer wieder gemerkt. Also wie gesagt, Indien dauert extrem lange. China traut sich keiner hin. Australien wurden sie viermal abgeschlagen. Der Iran hat auch relativ lange gedauert. Also die KI-Länder sind sehr stark aufgestellt. Ich glaube, dass das aber vom Design auch ein Spaßfaktor für viele ist. Und da lassen wir es beim nächsten Mal so. Es wird eher sogar noch mal ein paar KI-Länder noch ein bisschen Waffen. Gerade hier für die afrikanische Front. Aber das ist, glaube ich, eine sehr schöne Sache, wie es im Moment läuft. Mit dem Chinesen ganz kurz. Der hat ja diese Buffs, dass er bei allen irgendwie 30 bis 50 Prozent mehr hat. Ich könnte mir vorstellen... Ich könnte mir vorstellen, dass der inzwischen sehr, sehr hart zu knacken sein könnte, der Chinese. Aber es ist trotzdem KI am Schluss. Das ist eigentlich die Geschichte hier. Und hier läuft jetzt erstmal nichts. Wie gesagt, der Major und ich, wir machen halt jetzt alternierend diese Angriffe, um die überlegende Luftwaffe eben auszutricksen. Und dann grindet man da ein bisschen, da ein bisschen. Aber das würden keine Entscheidung bringen. Die Entscheidung kommt jetzt nur noch dadurch, wenn halt jemand von der Seite angreift. Und dann werden die aber auch zerhackt und dann geht es rund. Für uns ist es extrem wichtig, wir brauchen die Stahlvorräte. Ja, Frankreich ist ja jetzt von der Agenda runter mit dem. Wir haben ursprünglich gedacht, ob wir da reinlaufen können. Also ein bisschen Aluminium können wir gebrauchen. Aber wir brauchen auf jeden Fall Stahl. Das ist aber leider so ein bisschen weiter nördlich. Ja, also das mit dem Stahl ist halt ein Drama. Also das meiste Stahl ist halt mit noch hier hinten. Also wenn wir das halt erobern kriegen, wir halten kaum Stahl raus. Also das ist halt wirklich das größte Problem, was ich im Moment sehe. Wir haben auch nur noch Stahl, weil wir hier 150 Stahl durch den Italiener einhandeln. Also Stahl, also unsere Werften arbeiten nicht 100%, weil wir keinen Stahl haben. Ich kann euch das kurz zeigen hier. Minus 44 Stahl und nur was wie massiv einhandeln. Und das halt nicht zielführend langfristig. Treffstoffprobleme gibt es keine. Ja, nee, Stahl gibt es ja keins. Ursprünglich sollten wir die ganze Ecke hier unten kriegen mit dem Stahl. Das hätte jetzt auch keinen Riesenunterschied gemacht, aber ein bisschen was geholfen. Ja, also müssen wir mal gucken. Also wenn das mit Deutschland geklärt ist, vielleicht können wir mal die Guangxi-Klicke dann nochmal machen. Das ist immer noch abgesprochen mit den Fraktionen. Und vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen Stahl zusammen. Ich weiß gar nicht, ob wir unsere Stahlvorräte jetzt ausgebaut haben. Aber das ist ein bisschen aus dem Auge verloren gegangen mit den ganzen Schlachten. 38, 54. Ist schon alles auf 10, wenn ich das richtig sehe. Ja, ist schon alles ausgebaut. Da können wir auch nichts mehr rausholen. Hier hinten könnte man massiv ausbauen. Da gibt es aber auch keinen Stahlpatch mehr. Ja, wir müssen mal im Stahl auf jeden Fall jetzt massiv haushalten. Also wahrscheinlich macht es Sinn. Also wir haben übrigens Griechenland aufgegeben. Das war wohl versehen gewesen. Jemand hat Griechenland direkt am Anfang so ein Puppet gemacht. Und bam, haben wir jetzt ein paar Ressourcenprobleme alle dadurch generiert. Gerade beim Chrom. Ja, nee. Also Stahl ist ein Riesenproblem. Also was wir machen müssen dann ist, wir müssen unsere Produktion so anpassen. Achso, das war auch, wenn es nicht geklappt hat, das war Italien. Wir müssen unsere Produktion so anpassen, dass wir, also wir haben auch Stahlprobleme über Italiener, aber wir haben das ebenfalls. So, jetzt passt es wieder, ne? 172 Stahl fehlt uns. Wir müssen die Produktion so anpassen, dass wir mit weniger Stahl klarkommen. Also Battlecruiser kosten weniger Stahl zum Beispiel. Wir haben Panzerplatte 1 in Leichenkreuze, Panzerplatte 2 kostet weniger Stahl. Schwere Türme können wir komplett überall vergessen. Also die schwere Kreuze ist auch nicht machbar. Also es sind wirklich so ein paar Ecken, da müssen wir mal gucken, was machen wir im Stahl. Einheiten eher upgraden als Neubau, weil es auch weniger Stahl kostet, ja? Solche Geschichten müssen wir uns mal überlegen. Also, das Problem ist halt, dass alles in dem Spiel Stahl kostet, ja? Es gibt keine Holzflugzeuge. Also ich weiß noch nicht, wie wir das Stahlprobleme jemals in den Griff kriegen. Wahrscheinlich müssen wir irgendwann die Flotte, da schon 10, genau. Ah ja, das ist schon ausgebaut. Hier ist nochmal 16 Stahl dann drauf, sehr schön. Naja, also und hier nochmal 17 Stahl. Aber das sind ja dann nochmal irgendwie 33 Stahl oder so, was da draufkommt. Dann fehlen nur noch 140 Stahl. Also ich vermute, dass, wir können mal gucken, ob wir die Gesetze umstellen, dass wir mehr Stahl einbehalten. Aber detaillierender muss das ja auch einhandeln. Und das ist vielleicht auch keine Lösung. Müssen wir mal fragen, wie viel da wirklich von uns einhandelt. Und ansonsten, ja, ansonsten wird das halt nichts. Also müssen wir die Werften einfach zum Teil halt ausmachen. Also die 170 Stahl, die jetzt fehlen, die sind halt hier, 137 Stahl fehlen bei dem Flugzeugträger. Da wird das mit 40 Stahl hergestellt. Ist halt eine dünnere Stahlplatte da. Genau, also das geht halt auf die Träger, ganz klar. Das geht sehr hart auf die Träger, die Stahlgeschichte. Das lässt sich halt nicht anders lösen. Das ist halt der Krieg um den Stahl. Und den haben wir halt nicht zu unseren Gunsten nur hergemacht. Also Frankreich wäre halt eine Lösung gewesen. Und da wurden wir ja in den Rücken gefallen beim letzten Mal. Und wenn wir Deutschland erobern, wir kriegen ja nicht ganz Deutschland, kriegen wir auch zu wenig Stahl. Also da habe ich noch keine Antwort, außer, dass die Schiffproduktion kleiner laufen muss. Da muss man aber sagen, die anderen haben auch Probleme. Und unsere Flotten gewinnen die Seeschlachten derzeit. Also von da ist es kein Riesendrama wahrscheinlich. Zumal wir auch, wenn wir den Flugzeugträger haben, die Flugzeuge, die kosten relativ wenig Stahl. Und wenn man vier Träger hat, hat man eh schon ein Optimum. Also von daher lässt sich das vielleicht ein bisschen ausgleichen. Ja, aber das mit Stahl, da muss der Admiral mal gucken, dass wir die Flotte so designen, dass wir wenig Stahl verbrauchen. Und ich weiß, dass das sehr schwer ist, weil wir unglücklicherweise auch diese Doktrinen haben, hier rechts, mit der fängt man halt an bei uns, die auf Flugzeugträger ein leichter Kreuzer geht und das einfach Stahl schluckt, das Zeug. Ich habe mir jetzt die Battlecruiser-Doktrinen genommen, dann wäre das mit Stahl wahrscheinlich ein ganz, ganz kleinerer Umfang nur ein Problem. Na gut, das war euch mit dem Spieltag heute. Mit den Problemen und Ausblicken so ein ganz klein bisschen. Und ja, industriell gesehen, wie gesagt, wir können hier nochmal die Zahlen ganz groß vielleicht bekommen. Also die LON müsst ihr halt gucken, die hat so ungefähr bis 900 Fabriken und wir kommen ungefähr auf 500 Fabriken, ja. Das spricht, glaube ich, eine deutsche Sprache. Die haben fast doppelt so viele Fabriken wie wir und wir haben massive Ressourcenprobleme, wenn die alle Ressourcen haben, die sie brauchen durch Amerika. Also das spricht, glaube ich, eine sehr, sehr deutliche Sprache. Ja, kann man nicht viel machen. Unsere Lost ist bisher eine Million und der Gegner hat zwei Millionen. Interessant ist aber bei der LON wahrscheinlich. Die haben eine halbe Million verloren. Na gut, wir haben jetzt 300.000 verloren. Da sind aber auch die Kriege gegen die Central States bei gewesen, ja. Kann man jetzt nicht angucken, ne, wer die gemacht hat irgendwie. Genau, also Italien hat 300.000 getötet, die Japaner 100.000, 45.000 und 44.000. Das war hauptsächlich die Amerikaner. Also das ist eigentlich vollständig diese fast 100.000-Mann-Konvois versenkt. Das ist der Seekrieg, ja. Genau, und das halt diese Pocket und die Grinder, die der Daniel und ich hier die ganze Zeit durchführen. Und von uns haben die vernichtet, der Amerikaner hat 40.000 Mann von uns vernichtet, der Deutsche auch 40.000, das heißt 80.000 Mann gegen 500.000 Mann. Also ungefähr im 1 zu 5 Verhältnis, an dem wir hier vorne sind auch noch Zahlen. Nummer 80.000 drauf. Ja, so im 1 zu 2 Verhältnis, 1 zu 3 Verhältnis töten wir die derzeit, obwohl die noch mehr Industrie, mehr Flugzeuge und alles haben und die eingegraben sind. Aber im Großteil ist wahrscheinlich auch auf die gute Kampagne im Atlantik und auf die Pocket, die wir gemacht haben, zurückzuführen. Aber es läuft auf jeden Fall. Aber es ist nicht so, dass wir damit die zum Brechen kriegen, in keinem Fall. Wir können nur dafür sorgen, dass sie nicht übermächtig werden eine Zeit lang, bis die anderen eingreifen, glaube ich. So, das war der Spieltag. Der nächste Spieltag ist, glaube ich, am Donnerstag, möchte ich sagen, dass wir auf die Liste gucken, ich vergete es immer wieder. Auf jeden Fall dann wieder mit Livestream und allen. Und bis dahin kriegen wir hoffentlich noch mal ein paar Statistiken und wie gesagt, wenn Leute sich halt anbieten mit anderen Videos und so, Formaten und sagen, was es sich findet, was sich halt lohnt. Wenn ihr mal, ob ihr will, das zu verlinken und dies und das. Im Discord findet ihr, glaube ich, in Russen, wie gesagt, streamen im Moment. Genau. Dann könnt ihr mal reinschauen und ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.